Hallo, wir haben jetzt hier den Buddy, das ist ein rein rassiger Kencorso und wir zeigen euch jetzt, wie man den Hund dazu bringt, aufs Low zu hören, dass er aufs Kommando dann bellt. Ok, warte, wir tun ihm jetzt mal das Futter zeigen, er darf dran riechen, damit er aufs Geschmack kommt und nun tun wir das Leckerli ein bisschen weit weg von ihm, damit er nicht rankommt und wir gehen ein paar Meter weg von ihm und ja, jetzt tun wir ihn mal ein bisschen stehen lassen, jetzt wird er langsam ungeduldig und jetzt sagen wir mal, gib laut, 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 war und sobald er dann bellt, gehen wir dann hin und belohnen ihn mit einem Leckerli, dann weiß er, dass wir mit dem Laut das Bellen meinen, dann versteht er es schon und das macht man halt noch ein paar Mal täglich vielleicht wiederholen und irgendwann hat er es halt drauf, dass er aufs Kommando dann bellt. Ok Buddy, Buddy, gib laut, ja, gib laut, schön. Schön. Gib laut, gib laut, laut, gut. Gebe laut! Gebe laut, buddy! Da! Gebe laut! Gebe laut!